Wollt ihr noch ein schnelles oder wollt ihr lieber ein langsames? Also ein schnelles oder doch ein langsames? Okay, für euch ein schnelles von drei Seefahrern. Du die, Marc Tullo. Wir fahren übrigens langsam an. Ich habe gerade Info gekriegt, dass wir nicht vorneweg anfangen, unser Schnappzeuger. Willst du hier alle mitmachen? Bei drei in der Mitte nach oben, 1, 2, 3. Manche können doch nichts sehen. Manche können doch auch nichts. Ich habe meine Schuhmühle noch nicht abgeschlossen. Ich habe meine Schuhmühle noch nicht abgeschlossen. Ich habe meine Schuhmühle schon einen, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 3. Ihr schaut einfach mal an! Du hast ihn mitmachen, es gibt es auch noch nie so. Aber wir versuchen die Schuhmühle noch nicht das Problemern. Genau, gut. Musik 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 Musik